Musik Ich möchte heute mit euch darüber reden, über Luxusartikel, Marken und Designerteile. Denn ich habe mir zum Beispiel auch Anfang des Jahres diese Chanel Tasche gekauft, für einfach 2800 Euro. Und ich muss sagen, so gerne ich die Tasche auch mag, ich habe sie mir zu meinem Bachelor Abschluss gekauft. Ich finde das ganze Thema Marken und Designermudel doch auch ein bisschen kritisch natürlich zu betrachten. Und überlege auch oder frage mich auch so, ob ich mir das jetzt nochmal kaufen würde, so etwas. Denn was ich direkt auch mal sagen kann, ich finde die Qualität steht halt in keinem Verhältnis zum Preis. Wenn ich etwas im Internet gelernt habe, dann, dass es immer noch schlimmer geht. Und damit sprechen wir heute über Diana zu Löwen. Die Influencer-Kultur ist momentan das wohl traurigste Phänomen unserer Zeit. Seit Jahrzehnten spielt Werbung eine sehr große Rolle in unserer Gesellschaft. Die deutsche Werbeindustrie macht jährlich einen Umsatz von knapp 50 Milliarden Euro. Das ist nicht wenig, doch etwas hat sich verändert in den letzten Jahren. Wir kennen Werbeunterbrechungen zum Beispiel aus dem Privatfernsehen. Was machte man dann? Man schaltete um, man ging sich ein Bier holen, besuchte vielleicht die Toilette. Auf jeden Fall war Werbung eher uns lästig. Wir wollten zurück zum Film, zurück zu unserer Lieblingssendung. Jetzt aber sind viele Leute so bescheuert und sehen sich freiwillig Werbung an. Ja, Werbung bildet den neuen Inhalt für eine ganze Generation. Werbung ist nicht mehr das notwendige Übel, sondern es ist vielmehr so, dass Werbung jetzt selbst das ist, was eigentlich interessiert. Und das kann man bei Instagram erleben, das kann man bei YouTube erleben. Bei Instagram funktionieren ganze Profile nur damit, dass wir eigentlich permanent mit Werbung bombardiert werden. Aber diese Influencer dann mit ihrer tollen Persönlichkeit uns diese Werbung als Unterhaltung, als Inhalt anbieten. Wir haben an dieser Stelle schon einmal über Bibi gesprochen. Deren Geschäft ist es ja, ihren Zuschauern eigene Produkte und die anderer Unternehmen anzudrehen. Doch es geht auch noch wesentlich perfider. Die neue Stufe des Influencer-Marketings finden wir bei Diana zu Löwen. Der Influencerin folgen auf Instagram mehr als 800.000 Menschen und auf YouTube mehr als 600.000. Auf den ersten Blick ist Diana so wie Bibi. Wir begleiten sie durch ihren belanglosen Alltag und bekommen im Sekundentakt gesagt, was wir wo kaufen können und welches Produkt besonders toll ist, weil ich das auch selbst wahnsinnig gerne benutze. So erzählt sie aber dann auch von ihren guten Vorsätzen für das neue Jahr und praktischerweise kann man da dann auch nochmal Fitnessprodukte bewerben. Und sie verkündet, dass sie jetzt gar nicht mehr so sehr nach Regeln ist, sondern mehr so auf ihr Hungergefühl hört. Und man denkt, ja, das ist ja eine wahnsinnige Erkenntnis. So mache ich es zum Beispiel mit dem Atmen. Ich atme ein und aus, immer so wie ich halt Luft brauche. Ein paar Tage später in einer Insta-Story stellt sie auch dann eine fundamentale Frage. Heute schon ein Glas Wasser getrunken? Das klingt alles noch sehr bibihaft, doch Diana will leider auch die Welt verbessern. Sie gibt deshalb vor, sich für ein besseres Klima und für Feminismus einzusetzen. Und überhaupt, Politik, das hat sie gemerkt, als sie mal Jean-Claude Juncker interviewen durfte. Politik ist ja irgendwie auch so wichtig. Hallo, freut mich sehr. Bitte. Dankeschön. So Diana, der Flur ist jetzt. Vielleicht kann ich mit einer Frage, die 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 Zuschauer der 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 Zuschauer. Das ist über die Europäische Gemeinde. Wir befinden sich in schwierigen Zeiten mit dem Brexit und den öffentlichen Erechten in Deutschland. Die AfD ist da sehr gut. Und sie sind nicht so in favor of die EU. Wie kämpft man aber jetzt als Influencerin gegen den Klimakollaps? Zum Beispiel mit Tipps, Schönheitspflege, ja, aber das geht auch umweltfreundlich. Und dann empfiehlt sie in einem Instagram-Post, dass man sich beim Schamponieren der Haare sich auch was ganz umweltfreundliches einfallen lassen kann. Man kann, während man die Haare schamponiert, auch das Wasser abstellen und danach wieder anstellen. Und das führt sie dann auch mal im Bikini vor, wie das so geht. Und das ist ja auch ein wertvoller Tipp. Und überflüssig ist hier zu erwähnen, dass in diesem Post dann auch nochmal gerade ein paar Produkte beworben werden. Und dann gab es auch einen sehr bedeutsamen Tag bei Diana kürzlich. Sie war 24 Stunden ohne Internet. Und sie hat sich mal Gedanken gemacht, dass mit dem ganzen Surfen und Posten und so wahnsinnig viel Energie verbraucht wird. Und da hat sie sich gedacht, mal so einen Tag ohne Internet. Wir alle können ja ein bisschen was mal tun für den Klimaschutz. Naja, auch das war jetzt nicht so ganz selbstlos. Nämlich eine Aktion war das von E.ON, wo man mal 24 Stunden ohne Netz sein sollte. Und bald hat sie versprochen, bald will sie das irgendwann auch mal wieder machen. Es ist daher kein Zufall, dass Diana zu Löwen auch das Olympiastadion-Event des Startups Einhorn unterstützt. Da ist es ja so, dass man 29,95 Euro Eintritt zahlen soll, um sich dann dort im Juni zu versammeln und dann Petitionen zur Weltrettung kollektiv zu unterschreiben, damit die Politik sich ganz, ganz schnell ändert. Das ist nicht nur naiv, das ist auch fatal. Alle gesellschaftlichen Fortschritte, sei es jetzt die Krankenversicherung, die 40-Stunden-Woche, die Gleichberechtigung, wurden durch harte, mitunter gewaltsame Kämpfe erreicht. Die ungebildeten, aber cleveren Influencer, die gaukeln jetzt vor, politische Projekte benötigen nur ein paar Likes und politische Ziele, die sind quasi über einen Aktionscode, da unten eingeblendet, einlösbar. Die, die wirklich Macht haben, die freuen sich natürlich über diese nützliche Idiotie. Wenn gleich Diana zu Löwen auch hier wieder in erster Linie nach eigenen Interessen handelt. Im Ökokapitalismus tun sich gerade sehr viele Marktlücken auf und Diana springt da so rein. Verknüpft wird dies dann zum Beispiel auch mit Pseudofeminismus. So empfiehlt sie jungen Frauen, einfach mal Gründerin zu werden. Wenn man doch eine tolle Idee hat, dann kann man doch Gründerin werden. Und ich habe da auch gerade so ein Lipgloss drauf von einer Gründerin. Ja, wunderbar. Oder sie zeigt, was man mit ökologisch korrekten Menstruationstassen noch so anstellen kann. Zum Beispiel sie als Förmchen zum Backen verwenden. Und jetzt fragen wir uns, von wem sind denn diese Tassen? Natürlich von dem Start-up Einhorn. Was aber ist das Problem mit all dem? Werbung an sich ist ja erst einmal kein Problem. Man muss auch gewisse Inhalte finanzieren, wie zum Beispiel Filme. Es ist die Kombination, die hier stattfindet. Ich kann ja verstehen, Influencer sind in einer gewissen Sinnkrise. Aber sie müssen vielleicht damit einfach mal klarkommen. Influencer sollten damit klarkommen, dass sie eben Maskottchen einer auf Ungleichheit basierenden Konzernwelt sind. Und das ist eigentlich auch all das, was ich euch mit diesem Video heute mal mitgeben wollte. Ja, heute nicht so spannend. Oder beziehungsweise für Männer ist es vielleicht auch mal spannend, sowas zu hören. Aber ich wollte einfach nochmal die Periodentasse ein bisschen feiern und zelebrieren, weil mir die auf YouTube in letzter Zeit einfach zu negativ bewertet wurde. Und ich finde, es ist auf jeden Fall ein Versuch wert, das Ganze mal auszutesten und sich einfach damit zu befassen. Ich packe euch natürlich noch ganz viele Links in die Infobox. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Hört auch gerne bei meinem Podcast rein. Da habe ich auch schon mal über die Periodentasse geredet. Ich habe da auch schon mal über Selbstbefriedigung geredet. Das ist übrigens auch super. Im Kapitalismus sind wir dazu verdammt, ein mehr oder weniger widersprüchliches Leben zu führen. Aber ehrlich kann man schon bleiben. Es ist ja ganz nett, wenn man jetzt sagt, ich will ein bisschen was verändern. Aber das bleibt ja hier bei diesen Influencern nur auf der Oberfläche. Eigentlich lautet das Versprechen, wir justieren an dem einen oder anderen Schräubchen ein bisschen und sonst können wir weiterhin unseren konsumistischen Lifestyle pflegen und viel Geld damit verdienen. Und dazu passt dann auch, dass Diana zu Löwen in einem Video Rich Dad Poor Dad einen Bestseller empfiehlt von einem Autor, der auch schon zusammen mit Donald Trump ein Buch geschrieben hat. Und da sind die Armen einfach zu dumm, um ihr Geld zu verdienen in dem Buch. Ja, die Armen sind zu dumm, denn die Reichen, die machen es ja vor, die lassen ihr Geld für sich arbeiten. Dabei ist ja vollkommen klar, die Reichen sind zu reich, weil andere für sie arbeiten. Aber sowas ist natürlich einer neoliberalen Influencerin wie Diana zu Löwen. Eine ist vollkommen fremd. Und es wundert auch nicht, dass sie gerade mit konservativen Politikern paktiert, wie zum Beispiel mit dem jungen Philipp Amthor. Auch mit ihm hat sie ein Video gemacht, einen ganzen Tag begleitet sie ihn in Berlin und eine bessere Werbung könnte sich die CDU gar nicht wünschen. Vollkommen unkritisch sitzt Diana eigentlich nur da. Amthor spricht und spricht und sie sagt immer noch, ja, interessant, ja, toll. Und sie begleitet ihn dann auch noch, wie er dann das Gelöbnis der Bundeswehr besucht und man hört Kramp-Karrenbauer sprechen. Und am Ende des Videos sagt dann Diana, Philipp ist sowieso ein wandelndes Lexikon. Er hat immer ein spannendes Fremdwort oder ein spannendes Zitat parat. Ja, das ist alles wahnsinnig spannend. Und jetzt könnte man ja denken, na, das ist doch Werbung. Aber nein, da sagt Diana Folgendes. An dieser Stelle möchte ich nochmal sagen, das ist natürlich keine Werbung für die CDU. Nee, nee, natürlich nicht. Wenn sich Diana Feminismus und Ökologie auf die Fahne schreibt, dann sollten wir deshalb natürlich nicht den Feminismus und nicht die Ökologie ablehnen, sondern wir sollten Diana ablehnen. Wir haben, wenn wir Englisch lernen, es oft mit false friends, mit falschen Freunden zu tun. Diana zu Löwen ist eine solche falsche Freundin. Sie sagt zwar Ökologie, aber es steht eigentlich für etwas ganz anderes. Diejenigen nämlich, die für Feminismus und Klimaschutz kämpfen, die sollten Diana eher als Gegnerin betrachten. In Wahrheit sind solche Influencer gefährlicher auch als die üblichen Feinde von Feminismus und Klimaschutz. Diese sind ja leicht zu entlarven. Die Influencer aber sorgen durch ihre konsumistische Eigenwerbung mit pseudopolitischem Impetus dafür, dass wichtige emanzipatorische Projekte auf dem Grabbeltisch der Konzerne landen. Diana zu Löwen degradiert das Politische zu einem Geschäft, bei dem sie gut verdient und die Konzerne es tun. Und der Bürger ist in dieser Welt ohnehin nur noch Kunde. Deshalb gilt hier eines klarzustellen. Wir brauchen eine Trennung. Auf der einen Seite entweder Bibi oder eben Politik. Alles andere ist unreine Beimischung. Die Mediathege bietet auch viel mehr Beiträge, die gar nicht auf YouTube veröffentlicht werden, sondern nur exklusiv auf unserem Sender Massengeschmack TV. Es lohnt sich also zu abonnieren. Jetzt 14 Tage kostenlos testen.